Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Eschweiler-Weisweiler. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Eschweiler-Notberg. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Eschweiler-Talbahnhof. In Fahrtrichtung rechts. Nächste Station Eschweiler-West. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Stollberg-Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Aachen-Rote-Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Aachen-Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Aachen-West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station Herzogenrath. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Nächste Station, Alsdorf Busch. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Alsdorf Annapark. Stieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Alsdorf Kellersberg. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunsch-Taste betätigen. Ick in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Alsdorf Mariadorf. Ick in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Alsdorf Poststraße. Ick in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Eschweiler St. Jüris. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte die Haltewunsch-Taste betätigen. Ick in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Stolberg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links.